Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Der Krebs, das vierte Tierkreiszeichen, ist bekannt für seine fürsorgliche und einfühlsame Artikel. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, gelten oft als fürsorgliche und sensible Menschen, die ihre Beziehungen sehr schätzen. Diese Eigenschaften sind ein wesentlicher Bestandteil der Krebspersönlichkeit. Aber sie bringen auch eine Reihe von Herausforderungen und Chancen mit sich. In diesem erweiterten Text erforschen wir die Nuancen der Eigenschaften des Krebses und wie er die kosmischen Einflüsse in seinem Leben steuern kann. In letzter Zeit hast du vielleicht das Gefühl, dass du die Last eines ganzen Projekts oder einer Beziehung auf deinen Schultern trägst. Es ist, als ob du glaubst, dass alles zusammenbricht, wenn du auch nur eine Minute Pause machst. Du musst jedoch aufpassen, dass du dich nicht so sehr überforderst, dass du anderen gegenüber nachtragend wirst. Krebs, du bist gut darin, die Handlungen anderer Menschen zu kritisieren, aber das vielleicht wichtigste Gespräch, das du führen musst, ist das mit dir selbst. Es ist wichtig, dass du deine Rolle in diesen Situationen überdenkst und überlegst, ob du dir mehr auflädst, als du solltest. Die planetarische Energie des Tages ist eine gute Gelegenheit, dich wieder auf deine gesundheitlichen Ziele zu konzentrieren. Krebspatienten legen in der Regel Wert auf Ausgeglichenheit, Objektivität und einen gesunden Lebensstil. Wenn du die radikale Energie der heutigen Planetenaspekte hinzunimmst, wirst du spüren, wie der Wind der Veränderung um dich herum weht. Dies ist eine Zeit, in der bedeutende Veränderungen stattfinden können. Um wichtige Entscheidungen zu treffen, solltest du dich gut ausruhen, dich gesund ernähren und viel frisches Wasser trinken, damit dein Geist und dein Körper für die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen gerüstet sind. Auch wenn die Arbeitswoche offiziell vorbei ist, spürst du vielleicht noch ihre Nachwirkungen. Dein Geist scheint mit Gedanken an unerledigte Aufgaben zu rasen, was es schwierig macht, langsamer zu werden und sich zu entspannen. Krebs, es ist wichtig, dass du einen Schritt zurücktrittst, tief durch Schadmest und dir überlegst, wie du Zeit mit Freunden verbringen kannst. Lange Spaziergänge mit Freunden können eine gute Möglichkeit sein, den Kopf frei zu bekommen und Raum für Entspannung zu schaffen. Wenn du die Möglichkeit hast, eine kleine Party zu veranstalten oder ein paar Freunde zum Kaffee einzuladen, wirst du vielleicht feststellen, dass sich daraus ein regelmäßiges Treffen entwickelt. Die Erweiterung deines Freundes- und Bekanntenkreises kann dazu führen, dass du eine tiefere und bedeutsamere Art von Liebe erfährst. Die Liebe, die du suchst, könnte näher sein, als du denkst. In der kosmischen Welt stehen die Sterne günstig, um deinem Leben eine aufregende Wendung zu geben. Krebs, ein bedeutendes Ereignis steht bevor, ein himmlisches Geschenk, das deinen Weg beeinflussen wird. Achte in den kommenden Tagen auf die Zeichen und Gelegenheiten, die auf dich zukommen. Dies ist dein Moment, um zu glänzen und die Magie des Universums zu genießen. Vertraue deinem Instinkt und sei offen für das Unerwartete, denn dieses kosmische Ereignis verspricht neue Horizonte und aufregende Abenteuer in der nahen Zukunft. Bereite dich darauf vor, in der Herrlichkeit dieses himmlischen Tanzes zu schwelgen, denn er verspricht Transformation und Wachstum. Dein Schicksal wartet auf dich und die Sterne stehen günstig für dich. Merkur und Mars verbinden sich im Skorpion und geben ihre Energie an deinen schnellen Verstand weiter. Betrachte den heutigen Tag als einen Kampf des Verstandes zwischen dir und einer anderen Person, bei dem Scham und Intelligenz deine stärksten Waffen sind. Der Wettbewerbsgeist könnte Menschen dazu bringen, sich unangemessen zu verhalten und egoistisch oder unhöflich zu werden, während sie ihre Ziele verfolgen. Um in einem solchen Umfeld erfolgreich zu sein, ist es wichtig, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dein scharfer Verstand und dein schnelles Denken werden dir dabei helfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Krebse durch ihre fürsorgliche und einfühlsame Art auszeichnen. Manchmal tragen sie die Last eines Projekts oder einer Beziehung, und es ist wichtig, ihre Grenzen zu überdenken. Gesundheit und Wohlbefinden haben oberste Priorität, und sie sollten ausgeglichen und ausgeruht sein, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Entspannung und Zeit mit Freunden können helfen, arbeitsbedingten Stress abzubauen. Die Erweiterung ihres sozialen Kreises kann zu bedeutungsvolleren Verbindungen und Liebe führen. Die kosmische Konstellation verspricht aufregende Möglichkeiten und persönliche Veränderungen, und Krebsmenschen sollten ihrem Instinkt vertrauen und sich auf das Unerwartete einlassen. In einem Kampf der Geister sind ihre Intelligenz und ihr Charme ihre größten Trümpfe. Vergiss nicht, Krebs, dein Schicksal ruft, und die Sterne stehen günstig für dich. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 5 der Münzen steht für Not, finanzielle Herausforderungen und ein Gefühl des Mangels. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht eine finanzielle oder emotionale Belastung spürst. Sie steht für eine Zeit, in der du mit äußeren Umständen kämpfst, die dich vielleicht in Bedrängnis bringen. Die 5 der Münzen ermutigt dich, dir Unterstützung zu holen, wenn du sie brauchst, egal ob es sich um finanzielle Hilfe oder emotionalen Trost handelt. Sie erinnert dich daran, dass du deine Herausforderungen nicht allein bewältigen musst. Neben der 5 der Münzen liegt die 5 der Schwerter. Diese Karte steht für Konflikte, Wettbewerb und die Notwendigkeit, deine Interessen zu schützen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Widerständen konfrontiert wirst oder dich in Streitigkeiten verwickelst. Die 5 der Schwerter fordert dich auf, bei Konflikten vorsichtig zu sein und deine Schlachten weise zu wählen. Sie erinnert dich daran, dass Gewinnen um jeden Preis manchmal zu Isolation und Unmut führen kann. Als letztes haben wir die Mäßigung. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Harmonie und das Finden eines Mittelweges. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gegensätzliche Kräfte zu vereinen und ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Die Mäßigung ermutigt dich, das Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass Mäßigung und Geduld zu einem harmonischen und erfüllten Leben führen können. Zusammen ergeben die 5 der Münzen, die 5 der Schwerter und die Mäßigung eine Kombination aus Herausforderungen, Konflikten und dem Bedürfnis nach Gleichgewicht und Mäßigung. Nimm heute die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir die Herausforderungen, vor denen du stehst, eingestehst und bei Bedarf Unterstützung suchst. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten, egal ob es sich um finanzielle oder emotionale Unterstützung handelt. Gleichzeitig verkörpere die Energie der 5 der Schwerter, indem du bei Konflikten vorsichtig bist und dich für Lösungen entscheidest, bei denen Harmonie wichtiger ist als das Gewinnen um jeden Preis. Vermeide unnötige Konfrontationen und suche, wenn möglich, einen Kompromiss. Kanaliere die Energie der Mäßigung, indem du ein Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen findest. Bemühe dich um Mäßigung und Geduld, während du die anstehenden Herausforderungen und Konflikte meisterst. Heute ist ein Tag, an dem du dich Herausforderungen und potenziellen Konflikten stellen musst und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung verspürst. Nimm die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir deine Herausforderungen eingestehst und Unterstützung suchst. Nutze die Weisheit der 5 der Schwerter, wenn du Konflikte mit Vorsicht angehst und nach Lösungen suchst, bei denen Harmonie im Vordergrund steht. Denke daran, dass Ausgewogenheit und Mäßigung der Schlüssel zur Harmonie in deinem Leben sind, besonders in schwierigen Zeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit und Vorsicht meistern und das Potenzial haben, inmitten von Widrigkeiten ein Gleichgewicht zu finden. Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und Schwerter